So Jungs, ich würde sagen, wir öffnen einmal, ganz leisure, das Basis-Icon-Pack, auf die Plätze, fertig, los! Crespo, den hatte sich, wer, Mini-Clubman, letztens gekauft? Noa! Sagen wir es mal so, 4 Sterne, 4 Sterne, Abschluss 90. Beweglichkeit 88, Kopfballpräzision 89, es ist 50k, nee, der ist mehr wert, Crespo ist noch nicht 50k wert, der ist nice, GG, Crespo ist noch nicht 50k wert, bist du verrückt? Ich glaube, der kostet 140, der ist 140kW, also ich finde das, ich finde das jetzt nicht, ich finde das jetzt nicht super, ich finde es jetzt aber auch nicht ultra schlecht, ist so eine Icon, wo man sagt, ja, ist okay, aber ist jetzt nicht krass. Kmusik Kmusik Vielen Dank.